Wenn wir rechts Überschuss, da machen wir das da dran, bauen den mal da oben hin, das müsste gehen. Und, jawohl, ja. So, und zur Sicherheit, weil das ja auch ansteht, irgendwann. Wo ist denn unser Plastik? Von wo kommt es? Oha, so. Links, ne? Ne, warte. Jetzt kommt von da, geht nach da. Links, ja. Überschuss. Na, das ist egal. Machen wir mal da hin. Ja, die Neuerungen von... Was ist... Ach, da ist Uranium. So, einfach nur... Da wird so schnell nichts kommen, aber wenn was kommt und das wird... Vielleicht wird es doch so schnell passieren. So. Ja, ich denke mal, das Ding ist... Ja, gut. Ja, ja, ja. Zehn. Ja, das ist schon ein bisschen was mehr. Und ich denke, da kommt noch mehr, aber da kann jetzt auch nichts mehr passieren. Gucken wir mal gerade, aber wir haben im Moment noch genug davon. Andererseits, komm. Coupons hat man eigentlich nie zu viel. Trotzdem drauf anlegen müssen wir es nicht. Wo haben wir denn unseren... Unser großes Lager hier? Achso, ne. Wir haben zwei große Lager und die sind alle voll. Alter Schwede. So. Jetzt würde ich sagen... Naja, vielleicht nicht ganz. Machen wir nochmal eins, zwei, drei weg. So, ein bisschen produzieren darfst du jetzt nochmal normal. Und jetzt schreddern wir endlich den Überschuss. Super. So. Dann sind wir hier fertig. Oh, ich glaube diese Leiter. Sehr schön. Und jetzt schnell zum Zupo vorab haut. Weil wir wollten ja wieder zurück. Jetzt läuft aber das ganze Schredderding mal ordentlich. Das heißt also, wir machen Coupons. Und dann können wir demnächst einfach mal schauen, was wir für die Coupons kriegen. Bei zehn Coupons ist nichts. Kommen wir jetzt in unser... Nein, wir kommen nicht in unser... Gut. Ich wollte gerade gucken, ob wir in unser Inventar kommen. Das gucke ich eigentlich fast jedes Mal, aber... So. Ha. Hallo. Gehen wir mal ganz hoch. Alter. Ich meine... Ja, es ist wirklich ganz hoch. Mhm. So. Ja, was passiert hier? Weil ja diese Gehäuse, die wir jetzt gerade schreddern, fehlen. Das macht aber überhaupt nichts, weil... Ja. Weil das in Ordnung ist. Wobei wir die Dinger uns jetzt erstmal sparen können. Die brauchen wir im Moment nicht. Was wir machen könnten. Obwohl, wer weiß, vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Was. So. Also. Wir schauen. Also. Das ist das. Wo ist der Hub? Die Richtung. Und wie weit? Ja. Ja, schon klar. Aber alles komplett voll. Und das da? Komplett voll. Wo geht denn das hin? Warte mal. Das geht da rein. Das geht da rein. Okay. Ich würde sagen, wir machen ein eigenes. Wir müssen ja noch so einen Knoten haben, oder? Ja. Und wir müssen ja in die Richtung. So. Oh, wir haben von allem genug dabei. Das ist ja geil. Braucht das Ding Strom? Nö. Was? Was steht da? Gibt sich alle Mühe? Fracking sozusagen? Was sind denn das für witzige neue? Ah ja. Gut. Das klappt. So. Und jetzt ist die Frage. Wie machen wir das? Sollen wir es mal probieren? Warte mal. Wo ist denn der Hub? Sehen wir den von hier aus? Das geht so. Weißt du was? Wir versuchen das einfach mal. Mit Glas. Oh, wir haben ein bisschen wenig davon dabei. Was? Nein. Wie war das? Achso. Okay. Soup. Soup ist total geil. Ah, jawohl. Weißt du? Ein paar Sachen vergisst man halt, ne? Das ist jetzt wirklich wahr. Ich dachte, das wird nie wieder vorkommen, aber ich hab zu wenig. Beton. Na gut, ne, ich brauch das gar nicht zu probieren. Komm, wir machen hier mal die ganz krasse Nummer. Oh Gott, ist ja langsam. Und wir fliegen einfach mal in die Heimat. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht, aber egal. Ach gut, ja, wieder auffüllen. Oh. Hallo. Hm, den hab ich verpasst. Äh, sag nicht, dass das irgendwie ein Vieh da ist, ne, ne? Ich sammle jetzt trotzdem mal die Nüsse. Lalalala, lalalala, lalalala. Ach, ja. What you don't have in your head, you have in your legs. Das sagt man hier in England so. Nein, ich bin nicht in England. Ja, ja. Alter, lässt du mich bitte? Dankeschön. Mhm. So. Weiß nicht, ob das was bringt jetzt, aber... Du, 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 du... Du, du... Mhm. Hallo, willkommen zu Bettany Bay. So, mhm. Ja, komm. Zack. Reicht das? Davon haben wir auch ein bisschen. Muss jetzt einfach mal reichen. Oh, guck mal hier. Ah, nee, es klang nur so. Mist. Ja, so, hallo Zug. Voll macht aber nix. Fast voll macht aber auch nix. Wieso nur fast voll? Das müsste doch eigentlich jetzt... Ach, nee, warte mal. Der zieht schon ab, oder? Wieso eigentlich nicht? Hm, egal. Phase 4 abschließen, wenn ich das lese. Mann. Nee, der zieht gar nicht. Warum eigentlich nicht? Was macht der? Kannst du ja mal gucken. Ich hab's vergessen. Da steht alles still, weil... Aha. Weil er keine Funksteuerungen... Ja, dann macht doch... Ach, der macht immer zwei, ne? Ah, fuck. Okay, Computer. Ja. Und das geht dann da rein. Und dann geht's da rein. Und das Ding ist voll. Und hier fehlt ihm... um Turbomotoren machen, die Kühlsysteme. Hm. Aber lass mich raten. Ja, das sind nicht so viele. Also nicht, dass wir die jetzt brauchen würden, aber... Kühlsysteme können wir ja ruhiger welche reinmachen, nochmal, ne? Und damit er wenigstens ein paar macht. Damit nicht unnötig geschreddert wird, ne? So, wo ist denn der Zug? Da, der kommt jetzt. Dum, da dum, 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 dum. Dum, da dum, dum, dum. Ja, ja, dann fahr. Ist okay. Okay. Ja, ja, wir trödeln mal wieder rum. Aber wir sind schon am Machen, ne? Ja, wir sind schon am Machen. Das h fault. Wir sind schon am Machen. Ich bin schon am Machen. Ich bin schon am Machen. Ich bin schon am Machen. Da fährt er hin, da fährt er weg. Diese Strecke ist so furchtbar. Vor allen Dingen das hier. Das geht überhaupt nicht. Alter. In der Weihnachtsbäckerei. Ich glaube, der Satte ist besser. Ju, und jetzt hoch, aber schnell. Entschuldigung. So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Äh, Moment. Hier. Äh, was? Was ist das denn? Oh, ich habe da Fundations gebaut. Gut. Warum? Weiß ich nicht. Gut. So, und damit wir keinen Weg umsonst gehen. Ja, das Ziel ist mir egal. Da wir nicht beim Spielbär sind, kann ich ja sagen, dass ich nicht, wenn es da steht, das Rohr ist zu lang, sagen muss, that's what she said. So, drei. Baumodus Sub. Volle Strecke. Äh, oh. Oh, die haben das, äh, das Rezept geändert. Ähm, warte. Nee, warte. Äh. Nein, 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 nein. Nein, warte. Warum? Warum haben die die Fundamente teurer gemacht? Ist das jetzt wahr? Das war doch immer völlig ohne alles. Das war doch immer nur Beton. Na toll. Oh, wie ich dich liebe. Satisfactory. Was? Was? Ich hasse es. Naja, dann wird es mal wieder nicht schön.